Ihr habt noch einiges vor euch heute Abend, wisst ihr das? Okay, also, unser nächstes Lied, für unser nächstes Lied haben wir uns was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Und zwar ein nettes Feature. An der Stelle bräuchten wir dann das Mikrofon ganz außen von mir, ihr Lieber, mit ein wenig Intrizität versorgt und versteckt. Unser Gast, kennt ihr die Willen Blessed with Rage? Ja, ich würde sagen, die kennt man. Das Lied heißt Breathe In, Breathe Out, es gibt ein Video, das sind hier draußen an euch, dass ihr so schön mit uns feiern, das ist absolut Hammer. Super geil, Kassel, vielen Dank. Okay, breathe in, breathe out. Super geil, Kassel Spieryde. Super geil, Kassel, vielen Dank. Ja, 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 ja! 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 Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja!